hi leute ich bin hier in einer verlassenen schule und jetzt habe ich hier den bunker entdeckt hier sind vier stück 3 sind zugänglich einer ist leider zu ein schutzbunker der größte bunker ist jetzt leider der der zu ist aber wir geben natürlich nicht so schnell auf und gucken gleich nochmal ach ja hier war glaube ich der aufstieg ist ja alter schwede da ist ja noch mehr ach leute dann ist so ein bunker wie der den wir vor zwei tagen besucht haben da krabbel ich jetzt mal nicht rein so leute das ist jetzt der bunker nummer eins gehen wir mal zum bunker nummer zwei naja hier da kriegt schon wieder ein bunker rum ja hier waren damals denke ich mal die toiletten diese notdurftoiletten da musste man immer sägespäne irgendwann mal draufschmeißen wenn man sein geschäft verrichtet hatte das war jetzt bunker eins jetzt gehen wir mal rüber den bunker zwei hier ist ein bisschen wasser auf dem boden leute moment wo war jetzt der andere bunker da hinten ist auch noch was gucken wir gleich da war das nicht der schönste gut dann gehen wir jetzt erstmal hier in den bunker leute ah ja hier alter schwede was sind das hier für tiefe die sind aber von der form her tatsächlich alle gleich leute und hier ist auch wieder so ein kleiner eingang guckt mal einmal da kriege ich jetzt mal nicht rein ihr seht hat ja auch so hier haben sie auch schon geklaut leute irgendwie die beleuchtung geklaut ja freunde das ist bunker nummer zwei wir machen uns mal auf den weg jetzt zum bunker nummer drei hier ist ein bisschen wasser auf dem boden hier unten leute moment da hier ist noch ein bunker auf den blick jetzt müssen wir nur gucken wo der ist hier also hier hinter ist noch einer leute der ist aber leider zu guck mal da hängt ein schloss vor da kommen wir leider im moment nicht rein wo war jetzt der dritte bunker und wo war der vierte hier war einer drei bunker waren und der vierte war zu gut dann gehen wir jetzt hier in den nächsten bunker leute hier den bunker haben sowohl damals in der schule vielleicht benutzt als party raum ja guckt euch das machen hier das ist heftig ne wahnsinn ja den haben sowohl als party raum benutzt ja ja hier wurde wohl party der bunker als party als wilde party party räume benutzt ja alles klar ja leute boah guckt mal die haben hier sogar eine theke gebaut in dem bunker ne da finde ich sogar richtig gut wenn schon bunker dann auch mit spaß bitte ne guck mal ne so eine theke hier das sieht ja mal richtig geil aus ne guten morgen was wünschen sie ein mojito ja müssen sie sich einen augenblick gedulden so hier hängen noch ein paar fußballbilder von verschiedenen vereinen guckt mal hier 1979 wie lange das schon her ist hier aber diese schule ist auch schon sehr sehr lange geschlossen ja leute das war es aus dem bunker hier ist natürlich auch noch wieder dieser kleine kann einer für mich die lampe halten so dann öffnen wir mal die luke leute dann könnt ihr einmal gucken aber ich denke mal ach die geht gar nicht auf aber das dahinter ist der gleiche raum mit diesem kurzen dünnen weg der ist verrostet geht nicht auf das war's danke bis später auch 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 auch